Und Katha? Ich lasse euch allein, dann könnt ihr euch besser unterhalten. Du kannst es ruhig zugeben. Ich weiß ja aus einer Erfahrung, dass man Gefühle nicht einfach so abschalten kann. Ich halte es nicht mehr aus. Ich meine meinen Vater, Katha, den Menschenfresser. Er triezt mich und er erstickt mich. Immer nur nach seiner Fasson. Ich verliere meine Seele. Ich hau ab. Komm mit, Katha, bitte. Ich habe nichts zu gewinnen und alles zu verlieren, das weißt du. Du hättest ihn begnadigen können. Dazu hättest du niemanden gebraucht. Ein Wort von dir hätte genügt. Bist du verrückt? Du bist wahnsinnig. Der wird dich als Deserteur brandmarken, als Hochverräter. Wird seine ganze Armee auf dich hetzen. Ich bin Prinz Friedrich. Jetzt ist er ein Deserteur. Ich bin Prinz Friedrich und kann gehen, wohin ich will. Dann zeige er doch mal den Passierschein. Ich brauche keinen und befähle ihn. Tod oder lebendig. Die Zeug wird nicht geteilt. Wenn man seinen Vater liebt, so tut man, was dieser hart will. Sag meinem Vater, dass ich Krone und Zepter gebe. Wenn er nur die Hinrichtung abschiebt. Mein Leben für das Seine. Sag mir sie ihm. Sag mir sie ihm. Gatte! Sag mir sie ihm.